Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuchstatistik, dieses Mal mit einer Aufgabe zur Exponentialverteilung. Schauen wir uns die Aufgabe einmal im Detail an. Die durchschnittliche Wartezeit einer Hotline wird mit zwei Minuten angegeben. Sie wissen, dass die Wartezeit exponentiell verteilt ist. Erster Teil der Aufgabe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, gar nicht warten zu müssen? Und b, bestimmen sie die Wahrscheinlichkeit, zwischen 0 und 5 Minuten warten zu müssen? Jetzt kann man den ersten Teil entweder sehr schnell lösen, wenn man überlegt, dass die Exponentialverteilung, schon aufgrund ihrer Definition, eigentlich nur für positive Ereignisse definiert ist. Das heißt, für das Ereignis, was hier gesucht wird, also die Wahrscheinlichkeit kleiner oder gleich 0 zu sein, überhaupt gar keine Möglichkeiten bereitstellt. Das heißt, wir wissen eigentlich, wenn wir kritisch darüber nachdenken, bereits schon, dass hier eine Wahrscheinlichkeit von 0 rauskommen wird. Gehen wir das Ganze aber formal durch. Wir haben zusätzlich gegeben einen Mittelwert, mittlere Wartezeit von 2 Minuten. Das heißt, dass unser Faktor Lambda 1 durch 2 ist, also 0,5. Es liegt daran, dass wir wissen, das arithmetische Mittel oder der Mittelwert ist gleich 1 durch Lambda, also ist Lambda 1 durch der Mittelwert. Nehmen wir das und setzen das in die Formel für die Exponentialverteilung ein. Also hier in diese Formel 1 minus E hoch minus Lambda K, bekommen wir an der Stelle 1 minus E hoch minus 0,5 mal 0, also 1 minus 1 und das ist 0. Das heißt, wir können sowohl argumentativ als auch rein rechnerisch nachweisen, die Wahrscheinlichkeit, gar nicht warten zu müssen, beträgt gerade 0. Das wäre es dann auch schon mit dem ersten Teil. Im zweiten Teil müssen wir jetzt auch tatsächlich was rechnen. Hier geht es darum, dass wir zwischen 0 und 5 Minuten warten müssen. Hier haben wir, wie gesagt, den ersten Teil, die 0 Minuten, schon erledigt, den Aufgabenteil A. Und wir wissen, wir können diese Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 5 Minuten aufteilen in die Wahrscheinlichkeit, dass es kleiner ist als 5 minus die Wahrscheinlichkeit, dass es kleiner ist als 0. Jetzt haben wir aber schon eben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es kleiner oder gleich 0 ist, beträgt 0. Das heißt, wir müssen hier eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass es kleiner gleich 5 ist. Auch hier haben wir den Mittelwert von 2 Minuten und dementsprechend einen Faktor Lambda von 0,5. Das heißt, wenn wir es rechnen, übernehmen wir die Auseinanderziehung von oben, wissen, wie gesagt, der zweite Teil ist 0 und dann müssen wir nur noch den ersten Teil ausrechnen. Und da haben wir 1 minus e hoch minus 0,5 mal 5, also e hoch minus 2,5. Das ergibt dann letzten Endes zusammengefasst einen Wert von 0,9179, also von 91,79%. Und das wäre es auch schon für die gesamte Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil beziehungsweise zu dem Arbeitsbuch finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.